ARD Text im Auftrag von Funk Den kannst du leider lassen. Was wohin ist? Musst du nicht neue Bewerbungen schreiben? Ich hab doch sowieso keine Chance. Die nehmen keine Türken. In die Oper, ja? Wieder in die scheiß Oper! Und er grinzt sich noch eine ab, weil wir in der ersten Reihe sitzen. Dabei sitzen wir wegen seinem scheißblöden Kack-Rolli so wie Sogalsaußen. Was hast denn du erwartet? Ja, Bonus! Entschädigung! Geld! Du musst doch nicht bland sein. Natürlich, es muss authentisch aussehen. Und wo willst du die Perücke herbekommen? Ich kenn einen Laden, ich fahr da gleich hin. Die haben alles. Vielleicht hast du recht, vielleicht brauchen wir mal Auszeit, um über alles nachzudenken. Vielleicht war das ein bisschen früh alles und schnell. Geil, oder? Ey, die Augenbrauen passen überhaupt nicht. Und ein Tür und... ich weiß nicht. Ja, dasibt uns noch Whoeverolo und ganz einfach gewinnen und alles. Und dann kriege ich dir etwas anderes. Ja, Komisch. Himmlue. Ich Advis muss das altogether ja sein. Dann aerst die Mal wieder.